Herzlich Willkommen bei Medienklagemauer TV. Es ist 19.45 Uhr. Weißt du vom Völkerbedroh der Pharmaindustrie? Und kennst du nur die Lügen der Kriegstreiber? Doch die Massemedien, sie berichten davon nicht. Die halten uns im Schlaf gefangen, blinken uns nur ab. Schalt doch endlich den Fernseher hoch. Schalt dich einmal Klagemauer TV. Sie hört endlich freie Medien an. Schalt doch endlich den Fernseher hoch. Schalt dich einmal Klagemauer TV. Sie hört endlich freie Medien an. Auf Klagemauer TV. Medien, die nicht in den Händen der Kriegstreiber sind. Medien, die gescheuert sind. Weißt du, dass Eugenik existiert? Die Elite, die Menschheit reduziert. Sie manipulieren und patentieren die Gene. Und du kannst deinen Samen nicht mehr sehen. Doch die Massemedien, die berichten davon nicht. Sie zerstören lieber unsere Werte und lenken uns nur ab. Oh, 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 oh. Hey! Schalt doch endlich den Fernseher hoch. Schalt dich einmal Klagemauer TV. Sie hört endlich freie Medien an. Von Volk bis Volk bis Volk. Medien, die nicht in den Händen der Herrscher dieser Erde sind. Medien, die nicht gesteuert sind von Macht und Geld. Medien, die die Gegenseite aufzeigen. Damit du dir dein eigenes Bild machen kannst. Endlich freie Medien, die nicht zensieren. Die Ereignisse nicht mehr verschleiern, verstecken, verbergen, verdrehen. Darum schalt dich ein, um 1945 Uhr. Auf Medien, Klagemauer TV. Und sieh dir noch täglich die aktuellen Medienkommentar. Schalt doch endlich den Fernseher hoch. Schalt dich einmal Klagemauer TV. Sieh dir noch täglich freie Medien an. Schalt doch endlich den Fernseher hoch. Schalt dich einmal Klagemauer TV. Sieh dir noch täglich freie Medien an. Schalt doch endlich den Fernseher hoch. Schalt dich einmal Klagemauer TV. Sieh dir noch täglich freie Medien an. Schalt doch endlich den Fernseher hoch. Schalt dich einmal Klagemauer TV. Schalt dich einmal Klagemauer TV. Ich schalt dich einmal Klagemauer TV. Vielen Dank.